Die Reichstürkenhilfe war eine Steuer, die für den Kaiser des Heiligen Römischen Reichs auf dessen Bitten hin von den Reichsständen zur Abwehr der Türkengefahr im Rahmen der Türkenkriege aufgebracht wurde. Geschichte Seit dem Fall Konstantinopels im Jahre 1453 wurden die westwärts und auf dem Balkan vorstoßenden türkischen Heere zu einer ständigen Bedrohung für die Herrscher Europas und damit für das Heilige Römische Reich. Auf den Reichstagen in Frankfurt, in Regensburg und Nürnberg ließ sich Kaiser Friedrich III. Geldmittel und Truppen für einen Feldzug gegen die Türken bewilligen. Die Reichsstände erbrachten in der Folge die zugesagten Leistungen aber nur zögernd unvollständig oder auch überhaupt nicht. Aus Sicht des Kaisers erwies es sich dabei als problematisch, dass es keine festen Einnahmen für das Reich gab, sondern er sich für jedes Vorhaben eine eigene Steuer durch den Reichstag bewilligen lassen musste. Erst nachdem das türkische Heer im ersten österreichischen Türkenkrieg immer weiter ins Reich vorrückte und es nach der Schlacht bei Mohex und nach der Einnahme von Buda 1541 als konkrete Gefahr angesehen wurde, gelang es mit Matrikelbeiträgen zu einer verlässlicheren Reichsfinanzierung zu kommen. Auf dem Reichstag zu Worms erreichte Kaiser Karl V. die Anlage eines Matrikels in dem für alle reichsangehörigen Territorien und Herrschaften ein Steuerbetrag festgesetzt war. Dieses für ihn den Vorteil, dass damit im Gegensatz zum vorherigen System des gemeinen Pfennig die Reichsstände in ihrem jeweiligen Herrschaftsbereich und nicht mehr das Reich, selbst die Steuer eintreiben mussten. Die Steuer war auch relativ flexibel handhabbar, da sich die Einnahmen durch die Vervielfachung des einmal festgelegten Betrags erhöhen ließ. Der ursprüngliche Grundbetrag entsprach einem Römermonat, wobei das Steueraufkommen zu Anfang bei weitem nicht den Erwartungen entsprach, weil die schnell erstellte Matrikel auch Gebiete enthielt, die gar nicht existierten oder im Fall von Böhmen nicht mehr zum Reich gehörten. Erst nachdem die Listen mehrmals geändert wurden war es gelungen die Besteuerung dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. Die in den Matrikelbeiträgen festgelegten Beträge waren für die Reichsstände vorteilhaft, weil sie im Gegensatz zum vorherigen System des gemeinen Pfennig nicht aus dem persönlichen Vermögen des Landesherrn, des Adels oder der Geistlichkeit bezahlt wurden, sondern komplett auf die Untertanen umgelegt wurden. Wilfried Schulze beschrieb es so, dass die Hauptlast der Reichstöckensteuer im späten 16. Jahrhundert von den bäuerlichen und bürgerlichen Untertanen getragen werden musste. Dabei war die Art der Erhebung im Reich unterschiedlich geregelt. Auf dem Reichstag in Regensburg setzte Rudolf II., die bis zu diesem Zeitpunkt höchste Forderung von 86 Römermonaten durch, Die gewaltige Summe von 5 Millionen Gulden sollte in 8 Raten zwischen 1603 und 1606 gezahlt werden. In der Fürstabtei Fulda entfielen dabei 62.938 Gulden, was 155,78 Römermonaten entsprach. Daneben wurden 12.153 Gulden, was knapp 20% der Einnahmen entsprach, von der Abtei selbst einbehalten zur Sanierung des eigenen Haushalts. Mitte des 16. Jahrhunderts erbrachte ein Römermonat 80.000 Gulden während es um die Jahrhundertwende zum 17. Jahrhundert wegen vieler nicht eintreibbarer Forderungen und aufgrund von säumigen Zahlern nur noch 60.000 Gulden waren. Türkensteuerliste Zur Ermittlung und Erhebung der Sonderabgabe wurde die Türkensteuerliste geschaffen, in der das Türkengeld eingetragen wurde. Erstmals erfolgte die Ausschreibung am 10. Es war eine allgemeine Vermögens- und Kopfsteuer, welche zur Deckung der Kosten einer dem Kaiser Friedrich III. gegen die ungläubigen Türken zu leistenden bewaffneten Hilfe erhoben wurde. Die Aufstellung der nächsten Reichstürkenhilfe ging auf den Wormser Reichsmatrickel von 1521 zurück. Dieser Matrickel wurde zum bevorstehenden Rumzug Kaiser Karl V. erstellt. Es kam auch zur Unterstützung des Reiches für Staaten, die außerhalb des Reiches lagen, jedoch durch ihre geografische Lage für das Reich eine Art Pufferzone bedeuteten. Diese Pufferzone war die Militärgrenze. Dazu zählte U. R., das Königreich Ungarn und die italienischen Seerepubliken Venedig und Dalmatien. Dennoch gelang es den Türken, diese größtenteils nach der ersten Wiener Türkenbelagerung zu besetzen. Türkensteuer in Sachsen im ennestinischen Sachsen wurde beispielsweise durch Kurfürst Friedrich in Umsetzung des Reichstagsbeschlusses, der 1517 in Worms erging, die Türkensteuer erhoben, dann erneut im Jahr 1531 durch Kurfürst Johann, genannt die Türkenhilfe und andere drangsalige Sorgfältigkeiten und Not in Glaubens- und Religionssachen. Im Jahr 1542 erließ Kurfürst Johann Friedrich am 15. April erneut eine Türkensteuerregelung dem Türken zu Widerstand. Seit der Niederlage der Türken vor Wien im Jahre 1683 in der Schlacht am Kahlenberg blieben diese zwar in Europa zunächst präsent, wurden im Laufe der folgenden beiden Jahrhunderte aber weitgehend verdrängt, unter anderem durch die russische Südexpansion. Bedeutung hat die Türkensteuer auch für Historiker und Chronisten, da die aufgestellten Steuerlisten in vielen Fällen den ersten Nachweis der Gründung von Siedlungen und auch von Einwohnerzahlen für Gemeinden bilden. Siehe auch, Terz, Quart.